Hey Leute, Toiletatutor, wie immer gibt es denn Sachen, die auch falsch gemacht werden? Und ich dachte heute wegen Geocaching, also dieses Spiel mit zu versteckten Sachen, weil manche sagen immer Geocaching. Aber Geocaching heißt es. Und dann will ich sagen, das war's. Und dann sind wir uns beim nächsten Mal, einem Toiletatutor.